Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Habe heute in der Apotheke ein Päckchen Tembus geschenkt bekommen, weil ich genießt habe. Muss morgen nochmal hin und furzen, Klopapier ist auch alle. Was schwimmt auf dem Wasser und fängt mit Z an? Zwei Enten. Suche Nachhilfe in Romantik, biete Rülpskurs. Bist du eher Tag- oder Nachtaktiv? Nein. Du musst viel essen, wenn aus dir etwas werden soll. Da sitze ich nun. Faul und fett. Wieso fliegen Vögel in den Süden? Na, weil sie die Strecke nicht laufen wollen. Wie lange sollte man beim Training eigentlich zwischen den Sets Pause machen? Ich bin bei sieben Monaten. Endlich Urlaub. Grippe in 3, 2, 1. Wie viele Männer können gleichzeitig in einer Toilette mit fünf Pissoirs urinieren? Frau? Natürlich fünf. Mann, drei. Hashtag True. Ich verurteile Menschen nicht. Ich verachte sie. Leute, die glauben, dass es kein Sexismus mehr gibt, sind genauso dumm wie Frauen. Deine Mutter hat dich beim Schrottwichteln gezogen. Sprich nur, wenn du die Stille verbessert kannst. Wie sehr gut der Drachen, Leute. Und täglich grüßt die Masturbation. Das Murmeltier. Und täglich masturbiert das Murmeltier. Grüßt. Und grüßt, masturbiert das Murmeltier. Die Deutsche Bahn fährt heute mal wieder im Nenastein. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Baut Zeitmaschine. Reist 183 Tage in der Zeit zurück. Erde ist auf der anderen Seite der Sonne. Stirbt im Weltraum. 200 Gramm von der Bärchenwurst, bitte. Schwein oder Pute. Äh, Bärchen? Unsere Geschichtslehrerin hat uns den Krieg erklärt. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie begeisterungsfähig sind Sie für neue Sachen? Also erst einmal, wie geil ist denn bitte diese Skala? Herr Doktor, Herr Doktor, ist meine Krankheit sehr schlimm? Also eine Monatskarte würde ich mir nicht mehr kaufen. Frauen leben besser, länger und gesünder. Warum? Frauen haben keine Frau. Ich hab ein Problem. Du meinst die Klausur morgen? Ihr habt zwei Probleme. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Masterjam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.